So hallo liebe Zuschauer. Ich werde jetzt weitermachen, wie ich Ihnen gesagt bin mal gespannt, was die nächste Prüfung für mich bereit hält. Ich möchte euch eine Geschichte über einen Gott des Nordmanns, der nennt Baldr. Der zweite Sohn von Odin. Er war wunderschön, gut und wunderschön. Er war fair of feature, er sprach fair words, er gab fair judgments. Light shone from him, only good things were told of him, yet he was the first of the gods to die. Okay... Sorry! I feel like he is. Sohn... Oh, tú. Sohn... 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 Mach dir irgendwas? Oh, ja. Ah, da hat kein Jackson, ein bisschen hell und dunkel. Auch nicht schlecht. Was ist? Der Bruch ist fix. Wir müssen es überraschen. Dillian ist in da. Nicht vergessen. Du kannst mich bemerken. Du musst die Runen finden. Du musst Dillian. Du bist auf dich. Er hat immer gesagt, dass du dich bemerken. Er ist knapp. Er ist über dich. Hier ist knapp. Er liebt dich. Ich kenne dich. Dillian. Dillian, wir sind hier. Dillian. Wir sind näher hier. Dillian. So, dann gucken wir mal hier nach. Wir müssen wieder ein Zeichen identifizieren. Dann gehen wir doch klein mal nach. Es sieht aus, als wäre es zu. Genau, da ist Hochschloss davor. Ich glaube nicht, dass es aufgeht. Nee. Gut. Gut. So, klopf mal hier an. Nee, es zieht sich. Nee, auch nicht. Gut. Ein Mann. Die B Kristoff, ist das leer. Die B Kristoff, ist wichtig. Und es ist nicht so wichtig. Also ich muss definitiv durch diese Tür, damit ich zu meinem Dillian gehen kann. Er ist in der anderen Welt. Er ist in der darken Welt. Der Welt war so einfach. Black and white. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And Senu explored new paths into the unknown. Birds, serpents, poison, sickens, swearing up not to harm her sons. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him. Mother's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, is not unused. Vielleicht kann ich hier... Vielleicht kann ich hier irgendwie außen rum. Warte mal. Baldur dreams of his own death. And the gods fear for his life. So Baldurs mother makes everything in the world. Five water, water, fire, stove, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness. Hitschwearing up, cure for him. I need to harm her sons. One by one, they each own will die. Neither weapons nor wood will injure him. Baldurs mother boasts. He's gone. He's in the dark. Only Loki, father of Hela, the mistress of death. There's no mystery. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin tot. Ich bin tot. Du bist näherlich da. Sie findet den Weg. Okay, da komme ich anscheinend so nicht hoch. So ist gut aussehen. Mal gucken. Guck mal eh. Ah, schade. Das würde gleich funktionieren. Ich bin tot. Ich bin tot. Hm, schade würde es funktionieren. Ich bin tot. Ich bin tot, wie es ihm litt. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass es so geht. Ich kann mir das so vorstellen, dass es so schön ist. Ich kann mir das so vorstellen, dass es so schön ist. Dillian weiß nicht, wer ihn töten, aber wir tun. Ich muss schnell doch mal ein anderes machen. Das muss doch so funktionieren. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Es gibt auch die Geräusche und alles. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. 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 werden. Aber ich geh mal noch kurz zur andere Welt, vielleicht geht es da besser. Oh, vielleicht so kommt die Treppe da? Mal gucken. Ah, stopp. Das kann ja gar nicht sein. Weil selbst wenn die Treppe da ist, ist sie oben oben verschlossen. Das heißt, ich muss ja irgendwie hier reinkommen. Das ist ein Grund, dass du es nicht machst. Du hast dich gebeten, du kannst dich nicht schlafen. Du kannst dich nicht schlafen, du kannst dich nicht schlafen. Du hast es nicht, du kannst dich nicht schlafen. Was ist das? Was ist das? So muss ich ein bisschen nachdenken, Moment. Oh, wir müssen mal eine E-Secrette ziehen hier. Oh, wir können uns nicht sehen, dass die Schmerzen in dir sehen können. Die Schmerzen, die Schmerzen. Sie muss sie nicht mit der Stärke tun. Sie haben die Dinge, die ihr liebt, mit ihr Kals. Sie haben die Dinge, die mit dir zu tun sind. Sie haben die Dinge, die zu dir die zerstören, die zu dir sind. Sie haben die Zerstörung. Sie muss sie nicht mit der Stärke tun. Sie müssen es nicht mit der Stärke tun. ah na endlich nachgeführten 20 minuten muss man echt auf ein pixel genau das machen also schon ein bisschen vereinfachen ja 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 Sie hat ihren Vater verlassen. Sie trainiert hart, mit ihrer Freundin. Dillian. Sie sahen Dinge niemanden konnte. Patterns. Shapes. An Intuition, die sie eine gewünschte Wurzeln gemacht hat. Freundschaft wurde zu Liebe. Aber die Schmerzen der Schmerzen kamen. Und sie wurde zwischen uns. Ah, hier wird irgendwo das erste Zeichen sein. Ich bin auch schon davon aus, dass es bestimmt das hier ist. Ein Zukunft. Ja, da war das Zeichen meins. Lass uns. Müsst ihr euch mal ganz merken. Immer wenn irgendwelche Zeichen angezeigt werden überall, dann heißt es da hier irgendwo das Symbol ist. Behin, wusste es mein Gott? Du bist noch ży, wenn Dillian. Du lasst dieses Wundern raus. Sie lässt sie einfach sein, um dich auszutauschen. Du hast dich knackern? Das war's, du kommst. Oh nein. Ach, du kommst. Ach, du kommst. Ist das alles? Das ganze Zeichen mehr? Das heißt hier muss auch irgendein komischer Pfeil sein. Als man sich überall ihren Blлонen verurteilt. Das war doch einfach. Ich habe mir dieses Zeichen ja angezeigt, das letzte. Ah, das ist da. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, hier rüber zu kommen. Was ist das? Ich habe schon versucht zu sehen. Die Verste Was sind die Vorste einen Donna? Was ist die realmente Lebens ich komme ich nicht lang aber vielleicht in anderen welt schauen wir mal ich bin Und damit müsste ich jetzt theoretisch rüberkommen. Hören wir mal was jetzt labern hat der Typ. Könnt ihr ja gerne mitlesen. Könnt ihr das machen? Du siehst runes, du siehst runes überall. Everywhere! Aber was wenn sie nicht real sind? Was wenn sie eigentlich nicht machen? Die Gäste sind lieb. Wenn du das glaubst, aber wirklich die Gäste spielen mit dir. Es macht Sinn in deine Meinung, aber es macht nichts. Worlds begann. Aber es macht nichts. Du kannst diese Sprache nicht verstehen. Du kannst sie nicht verstehen. Du hast es geschafft. Du hast es Zeit. Du hast es Zeit. Du hast es Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Oh, quicker. Dillian! Be very, very careful. Dillian never much cared for the underworld, and looked dimly upon the druids, like her father, Zinbal. I guess he took after his father, a chieftain who believed nothing he couldn't see. And he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms, and had to see the world through his eyes. Slowly. The darkness that had bound her so tightly, began to unravel. He couldn't leave me. He couldn't leave me. Be careful. Don't throw it down. Free me. No! No! Where's he gone? It's your fault. He's disappeared. You've lost him to the sea. He's gone. 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 Senua. Your father cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. He doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark to here means as little as the word light. So if someone is afraid of the dark, should we fix them by taking away their sight? Oh no. Would you give up the beautiful world that... You, and only you can see you just to be rid of your nightmares? Killing you would be too easy. They're taking your memories to torture you. They're taking you from the inside. You disappear. One memory at a time. Every time you remember, it disappears. They're going to take everything. They're not yours anymore. They're going to take everything you have. The memories of ghosts. They belong to the gods. They're eating you from the inside. They want to kill your soul. They want to crush it. They want your body. They want your soul. They want your mind. And they're going to take it. The memories were yours, but they're the gods now. Nothing is yours anymore. Damien is disappearing with your memories. So, und das scheint wohl das letzte zu sein. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Where are we? I don't like it. This place feels... What is this place? This place feels... It's... Creepy. Creepy. It feels wrong. It feels strange. Where is it? Where are we? Down the back. This is wrong. This has to be wrong. This place stinks. Ah. There he is. There he is. The light. Go towards it. He's in the house. He's going in. He's disappearing. Follow him. Don't let him disappear. I can't. I can't. Keep going. I'll go hide it. It's a test. Like the old warrior trials. Dillion will help the stench of rot. She can always taste it. Do you smell it? No. Don't worry. Not everyone can. It was on the spring day when she went to the river with Dillion and the others. For the water. She could taste the rot. But no one else could. She knew something was wrong. Something sinister. Ah. She begged them to go to the river with the river. But soon enough. As the body piled up. No one was laughing. And I knew that she was not like that. Fix it. You have to fix it. How are you going to fix it? You can't get to the house until the bridge is fixed. You must. You have to get to the house. You have to find Dillion. The northmen speak of a deathmere. A light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. And then the farmer and six of his men drowned at sea. That is not the end of it. Because the dead returned to haunt the living. Wow. Right for the first time. Let's try and go to the house. You succeeded. Jetzt musst du ihn finden. Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Geh raus, wenn du möchtest! Ja bin ich und nun? Ich bin draußen! Wo ist er? Find ihn! Du musst ihn finden. Fokus! Fokus! Come on! Dillian! They're coming for me! Oh f**k! It's close! Run! Run! What should I do? Where are the lights? Go towards the front. Two more. Two more. Two more. Where are they? Where are you? Don't miss them. Take it. Take it. Take it. Take it. Where are you? Take it. Come. Where is he? This is taking too long. Can you hear him? You're lost. Two more rooms. You have to find them. Where are you? You're lost. Where are they? Let it see you there. There it is. Run. Find it. One more. One more. Go first. Huh? Find the other symbol. We're lost. Okay. That was amazing. Easy. I can't find you! Worth it! You killed them. You killed them. You killed them! Get out! Run! 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 Look at you! Run! 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 Ich bin nicht sicher, dass ich mich nicht verstehe. Sanua! 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 What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children, scared of the dark. They make up stories to fill the void. That doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are like I am. You're not a monster. Without you, this darkness has made me a monster. You're not a monster. You're not a monster. You need the sword. Go get the sword. You did it for the sword. You have to get the sword. You have to get the sword. With grammar reforged, you will have Odin's blessing to walk a goddess into the halls of Helheim and challenge Helheim as an equal. So, Dillian was helping me. Oh, Dillian. And the sword will lead me to him. Like when we first met. I would like to know how to go up here. So, before I take the sword out, do the next part. Yeah. Tut me leid. Aber, ich werde es erstmal hier hochladen. Dann gleich die nächsten Part spielen. Dann ebenfalls hochladen. Von daher, das ist eh abends. Beweise Nacht. Das wird nichts passieren. Gut. Dann, wenn du morgen aufwacht, werde ich das wahrscheinlich schon hochgeladen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann.